Äh, wir müssen dir eigentlich noch was sagen, Vanessa. Ähm, es ist ja inzwischen fünfte Staffel. Ähm, das wurde ja ein bisschen langweilig jetzt. Wir mussten ein bisschen was verändern, weil das war einfach nicht mehr so das. Und es gibt neue Shots. Das ist eventuell ein Teil des Shots. Oh, ich hasse das eigentlich nicht. Wir haben es jetzt ganz liebevoll mit verbesserter Rezeptur getauft. So sieht das aus. Oh, nimm mir das. Oh mein Gott, das ist scheiße. Ich hab immer ein Problem auf der Nachricht. ARD Text im Auftrag von Funk